Musik Dzeshtov Kamil Baszynski wurde als Sohn des bekannten Autors, Literaturkritikers und Offiziers der polnischen Legion Stanislav Baszynski und der aus einer assimilierten jüdischen Familie stammenden Stefania Szelentschik, 1921 in Warschau geboren. Ab 1937 gehörte er dem unabhängigen sozialistischen Jugendbund Spartakus an, einer Mittelschülerverbindung unter der Schirmherrschaft der polnischen Sozialistischen Partei. Dort arbeitete er in der Redaktion der im Februar 1938 Entstandenen mit dem Spartakusbund assoziierten Zeitschrift Schüsse mit. Aus dieser Phase seines Lebens stammt sein Pseudonym Emil. In seiner Schulzeit interessierte er sich besonders für die französische Sprache, sodass er seine ersten Gedichte auf Französisch geschrieben hat. Seine erste Veröffentlichung war das Gedicht »Ein Betriebsunfall«. Im Jahr 1939 bestand er das Abitur. Ursprünglich wollte er Illustrator werden. Der Kriegsausbruch machte jedoch das Studium an der Akademie der Bildenden Künste unmöglich. Während der Zeit der deutschen Besatzung wohnte Baszynski in Warschau. Seine Mutter und er waren auf der arischen Seite der Stadt geblieben und mussten befürchten, bei Entdeckung ihrer jüdischen Abstammung standrechtlich erschossen zu werden. Seit 1940 publizierte Baszynski sowohl unter dem Pseudonym Jan Bugaj als auch anonym in den Gedichtbänden, Anthologien und Zeitschriften der polnischen Untergrundbewegung. Um den Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete er nebenbei unter anderem als Glaser und Schildermaler. Gleichzeitig bildete er sich als Grafiker weiter. Von Herbst 1942 bis Sommer 1943 studierte er polnische Philologie an der geheimen Universität Warschau. Am 3. Juni 1942 heiratete Baszynski die 20-jährige Barbara Dramczynska, ebenfalls eine Studentin der polnischen Philologie. Im Sommer 1943 schloss sich Baszynski der polnischen Heimatarmee an. Kurz darauf war er bereits stellvertretender Kommandeur des dritten Zuges, der dritten Kompanie des Bataillons Parazon. Der Warschauer Aufstand überraschte ihn am Theaterplatz, als er auf dem Weg war, für seine Einheit Militärstiefel abzuholen. Er konnte dadurch sein im Stadtteil Wohler stationiertes Bataillon nicht mehr erreichen und schloss sich einer Gruppe freiwilliger Kämpfer an. Am 4. August 1944, etwa um 16 Uhr, kam er bei den Kämpfen in der Gegend um den Theaterplatz im Alter von 23 Jahren ums Leben, höchstwahrscheinlich durch die Hand eines deutschen Scharfschützen. Am 1. September wurde auch Baszynskis schwangere Ehefrau ein Opfer des Aufstands. Sie ist neben ihm beerdigt. Dunkle Liebe Wir liegen auf finsteren Lager wie auf dem Grund eines trockenen Flusses. Unsere langen Haare, die wehend verdorrten, zehrendes Leids, verbinden sich, aufgelöst. Sie locken und tragen wie Pfade zu weit entlegenen Orten. Bei uns hier wuchert böses Gestrüpp jetzt wie am Ufern, manchmal weiß und manchmal wie eine Verzweiflungsgebärde. Und die Armeen klirren im Schnee wie mit eisernen Hufen, gleitend im hellen Mondlicht. Schreie, schnaubender Pferde und unterirdisches dröhnender Panzer, als rissen sie nieder das Flattern der Seelen, im Leichtsinn mit ihren Körpern verbrüdert. Also erstarren die langen, wie fingergefalteten Leiber im nächtlichen Sterben. Der Wind lässt die Fetzen der Schleenblätter abgeschossen im Kampf auf unsere Gesichter treiben. Nun liegen sie wie posthume Male hinabgebettet auf diese Liebe zu mahnen, dass hier kein Traum uns traf. Denn offen wachten die Augen auch im Schlaf und dann das lange Dunkel. Ich fahre auf in Nächten, wie mich die Erde hergab, ohne Waffe und nackt. Den Stiel der unerfüllten Körper loszuflechten und nachts Soldat zu sein in gnadenloser Treue. Bevor ich aber gehe, bevor die Waffe feuert, sehe ich, wie die Wolke deines Körpers klagt. Belegi von einem polnischen Jungen Sie trennten dich von Träumen, Sohn, die wie ein Falter zittern. Sie malten eine Landschaft, die aus Bränden und Gewittern Sie strickten feuchte Augen dir, mein Sohn, die rot verbluten. Und mit Gehengten säumten sie den Fluss der grünen Fluten. Sie prägten dir die Heimat ein, mein Sohn, mit toten Schritten. Das Eisen deiner Tränen hat sich Wege ausgeschnitten. Sie zogen dich im Dunkel groß mit Angst, die alle aßen. Und du gingst blind die unwürdigste aller Menschenstraßen. Du gingst, mein heller Sohn, die schwarze Waffe in den Händen. Erlebtest jenen Stundenschlag, mit dem die Übel enden. Und deine Hand bekreuzte noch die Welt, bevor sie sank. War es die Kugel? War es das Herz? Was da zersprang? Waschitzkis Einstellung zur Realität änderte sich laufend und mit ihr auch seine Werke. Zwei Pole schelten sie heraus, die reine Lyrik, die der Fantasie den Vorrang gibt, und die engagierte Lyrik, die sich mit dem aktuellen Zeitgeschehen auseinandersetzt. Eine Lyrik auch zwischen idyllischer Kindheit und Menschheitskatastrophe. Er verflocht zwei Stile, einen intellektuell-diskursiven und einen visionär-symbolischen. Zu den Merkmalen seines literarischen Schaffens gehören die Metaphorisierung der Sprache, zahlreiche Symbole, überraschende Kombinationen von Motiven und Elementen wie Märchen, Legenden, Mythen und Träumen. Ab 1943 intensivierte er in seiner Dichtung die Themen des Kampfes und des Soldatenethos. Baszynski gilt als einer der hervorragendsten Dichter der polnischen Kriegsgeneration. Miserere 1 Da stehen wir über der tragischen Erde. Das Schlachtfeld raucht vom Absud zerschlagener Taten und Träume. Mit blutverkrusteten Fragen nehmen wir die Helme ab, die uns an die Köpfe gewachsen sind. Köpfe, Rote Rosen Heften wir an die Helme von Generationen. Ich seh' Die Zeit überwuchert von Rauchfederbüschen. Ich seh' die Zeit. Akropolis Versunken im Gräserurwald Stürze dich, Letzter Kain, auf den Letzten Abel Würge. 2 Vom Begräbnis des Letzten Menschen kommend Werfe ich eine Hand voll Luft Eine Lerche Zum Himmel Wie eine Herausforderung Und lasse die Erde fallen Wie eine Träne Über das Weltall Wie eine Herausforderung wo auch immer mit dem Die Zeit überwuchert von Rauchfederbüschen. Wenn Sie etwas blöder Menschen wie eine Herausforderung und wie eine Herausforderung ist. Willkommen,